Fritz Geißler war ein deutscher Komponist und Bratschist. Als Komponist von elf Sinfonien gilt er als einer der bedeutendsten Sinfoniker der DDR. Leben Geißler stammte aus bescheidenen Verhältnissen, der Vater war Maurer. Er erhielt früh Geigenunterricht und trat nach abgebrochener Lehre als Musiker in Leipziger Kaffeehäusern auf. Im Jahr 1940 wurde er zum Kriegsdienst in der Wehrmacht eingezogen. Er war bei einem Luftwaffenmusikkorps auf Gorsi stationiert. 1945 geriet er in englische Kriegsgefangenschaft, wo er sich als Geiger hervortat. 1948 wurde er entlassen und studierte bis 1950 Komposition und Viola bei Max Denert, Arnold, Matz und Wilhelm Weismann an der Leipziger Musikhochschule. Nach einer Tätigkeit als Pratscher am Landessinfonieorchester Gotha studierte er erneut Komposition bei Boris Blacher, Konrad Friedrich, Nöthel und Hermann Wunsch an der Hochschule für Musik Berlin Charlottenburg. Von 1954 bis 1978 war Geißler Dozent an der Universität Leipzig und später Professor für Komposition an den Musikhochschulen Leipzig und Dresden. Zu seinen Schülern gehören Peter Herrmann, Wilfried Kretschmer, Reinhard Pfund, Johannes Reiche, Friedrich Schenker, Carlo Thomas Treibmann, Lothar Vogtländer und Günther Wiedschurke. Er war von 1956 bis 1968 Vorsitzender des Komponistenverbandes in Leipzig und von 1972 bis 1984 Vizepräsident des Verbandes der Komponisten und Musikwissenschaftler der DDR sowie Mitglied der Akademie der Künste der DDR. Auszeichnungen Kunstpreis der Stadt Leipzig Kunstpreis der DDR Nationalpreis der DDR 3 Klasse für Kunst und Literatur Kunstpreis des FDGB Kunstpreis des FDGB Werk Der Nachlass des Komponisten beläuft sich auf ca. 140 Werke. Elf Sinfonien, Solokonzerte für Flöte, Violine, Jellos, Klavier und Orgel, vier Opern, Ballette, Oratorien, Kantaten und Kammermusik. Zitate